Untertitelung des ZDF, 2020 Eine, die dir nicht die beeindruckenden Schauplätze unserer berühmtesten Schlachtfeldern zeigt, sondern einen typischen Athena-Haushalt. Wenn der Olymp Zeus' Heiligtum ist, dann ist mein Haus das meine. Es ist der Ort, an dem ich mich von all dem Lärm und dem Stress des beschäftigten Stadtlebens zurückziehen kann. Für kontaktfreudige Menschen wie die Griechen war das Heim ein Schutzort der Privatsphäre. Dort konnten sie den ständigen Anforderungen des täglichen Lebens entfliehen, um die Freuden des Familienlebens zu genießen. Such mich auf, wenn du soweit bist. Dann können wir alles besprechen. Gehabe dich wohl. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Haushalt oder Ikos diente als Wohnsitz für griechische Familien und ihre Sklaven. Im Gegensatz zu modernen Gebäuden, die nach außen gerichtet sind, blickten die alten griechischen Gebäude nach innen auf den Hof. Der Hof war der Mittelpunkt jedes Hauses. Von dort wurde das Gebäude mit Tageslicht versorgt und außerdem standen dort religiöse Altäre und Schreine. Das Gebäude selbst enthielt gemeinhin bekannte Räumlichkeiten wie Schlafzimmer, Lagerräume, eine Küche und ein Wohnzimmer. Frauen waren normalerweise für die Organisation des Haushalts verantwortlich, was Ikonomia genannt wurde. Von diesem Wort stammt auch das moderne Wort Ökonomie ab. Frauen waren normalerweise für die Organisation des Haushalts verantwortlich, was Ikonomia genannt wurde. Frauen waren normalerweise für die Organisation des Haushalts verantwortlich, was Ikonomia genannt wurde. Frauen waren normalerweise für die Organisation des Haushalts verantwortlich, was Ikonomia genannt wurde. Frauen waren normalerweise für die Organisation des Haushalts verantwortlich, was Ikonomia genannt wurde. Frauen waren Gramm. Untertitelung des ZDF, 2020 Eine Pastas war eine Vorhalle oder ein Korridor, der den Innenhof des Hauses mit den Wohnräumen verbannt. Archäologische Funde aus der Stadt Olympos zeigen, dass Pastas im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung dem Bauplan griechischer Häuser hinzugefügt wurden. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Die Griechen hatten kein Problem damit, ihre Arbeit mit ihrem Privatleben zu vermischen. Viele arbeiteten zu Hause. Handwerker wie Schmiede, Bildhauer und Töpfer hatten oft ihre Werkstatt im Haus. Einige besaßen auch kleine Läden, um ihre Arbeiten zu verkaufen. Auch Ärzte waren bekannt dafür, dass sie ihre Patienten in speziellen Zimmern in ihren Häusern behandelten. Frauen arbeiteten auch zu Hause und waren verantwortlich für die Herstellung von Stoffen. Außerdem überwachten sie die Produktion von Kleidung und Webarbeiten durch ihre Sklaven. War ein Haushalt reich genug, konnten sogar Überschüsse hergestellt werden, die in Zeiten finanzieller Not verkauft wurden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Innenhof war der Mittelpunkt des Hauses. Durch seine Bauweise ermöglichte er die Luftzirkulation und bot Zugang zu den meisten Räumen. Manchmal befand sich dort auch ein Brunnen oder eine Zisterne, um Regenwasser zu sammeln. Im Zentrum des Hofes stand meist ein Altar des Zeus Herkios, der als Beschützer des Haushaltes diente. Frauen nutzten den Hof oft zum Nähen und Kochen, während die Kinder gerne dort spielten. Falls die Familie Nutzvieh oder Haustiere besaß, konnten diese im Innenhof frei herumlaufen. Vielleicht geht's sie dir auch an die Untertitelung des ZDF, 2020 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 In griechischen Haushalten gab es Küchen für die Zubereitung der Mahlzeiten. Die Griechen aßen selten Fleisch, nur bei besonderen Anlässen wie Banketten oder auch nach Opferzeremonien. Ihre Ernährung basierte hauptsächlich auf Getreide und sie aßen Dinge wie Brot, Brei oder einen Teig aus Gerstenschrot namens Masa. Außerdem nahmen sie hin und wieder Geflügel, Fisch und andere Meeresfrüchte zu sich und natürlich auch Obst, Gemüse, Ziegenmilch und Käse sowie Olivenöl. Meist wurde auf einem Dreibein gekocht, manchmal auch in einem Klibanos, einer Art mobiler Ofen. Andere Küchengeräte waren zum Beispiel Feuerschalen, Mörser und Stösel, Spieße zum Grillen über dem Feuer, Servierteller und Bratpfannen. Darüber hinaus wurden in der Küche Nahrungsmittel in Gefäßen namens Pitöl gelagert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Symposien waren wichtige soziale Institutionen in Griechenland. Im Endeffekt waren es Trinkelage, exklusiv für Männer. Das Fest fand im Männerbereich des Hauses statt, dem Andron. Dort machten es sich die Bewohner und Gäste auf Liegen bzw. Klinen gemütlich. Das Essen wurde auf niedrigen Tischen serviert, die vor den Liegen standen, während der Wein in einem Krater in der Mitte des Raumes platziert wurde. Während eines Symposions tranken die Männer, führten philosophische Gespräche und spielten Spiele wie Kutterboss. Zu diesen Gelegenheiten wurden oft auch Musiker, Tänzer und selbst Kurtisanen eingeladen. Die Ehefrauen und Töchter hatten allerdings keinen Zutritt. Ja, da war sie nicht. Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Zu Beginn des Frühlings füllten die Frauen Terrakotta-Töpfe mit Erde und Salatsamen und erklommen dann eine Leiter, um die Töpfe auf dem Dach zu platzieren. Diese Töpfe dienten den Frauen dann als ihre eigenen Gärten des Adonis. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hoffe, du hast nun ein besseres Verständnis für die alltäglichen Abläufe im Privatleben der Griechen. Was möchtest du als nächstes tun? Beginnen wir mit einer einfachen Frage. Welche Bevölkerungsgruppe feierte die Adonia? Korrekt, die Adonia wurde von Frauen aller Schichten gefeiert. Kommen wir zur nächsten Frage. Welche Gottheit war bekannt als Beschützer des Haushalts? Ja, Zeus Herkios beschützte den Haushalt. Und ein ihm gewidmeter Altar stand normalerweise in der Mitte des Innenhofs des Hauses. Weiter zur letzten Frage. Welches der folgenden Dinge fand man nicht im Badezimmer? Das Lotharion war ein Wasserbecken, das im Badezimmer stand. Versuche es mit einer anderen Antwort. Korrekt. Der Clibanos war ein mobiler Ofen, der normalerweise in der Küche stand. Du scheinst dich in griechischen Haushalten gut auszukennen. Sehr gut gemacht. Ich wünsche dir alles Gute und vielen Dank für deinen Besuch in meiner Stadt. Ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche dir alles Gute.